Der Top-Lieferant 2016 Die Nominierten für den Holzland-Lieferanten-Award sind Fleiderer ist der Partner für Premium-Holzwerkstoffe, Rohspan- und Faserplatten, Schichtstoffe, HPL-Elemente, Arbeitsplatten, Dekorplatten und Produkte für den konstruktiven Holzbau. Fleiderer trägt Verantwortung, ökonomisch, ökologisch und sozial. Ausgezeichnet sein umsichtiges Handeln bei Werksneuausrichtung und Markenzusammenführung. Prämiert mit dem IHK-Bildungspreis 2016 seine Ausbildungsqualität. Einzigartig breitgefächert, sein Programm an Dekoren und Oberflächenstrukturen. Mit erstklassigen Leistungen im Marketing-Service und der Supply-Chain lebt Fleiderer gute Partnerschaft. Handwerksprofis werden mit Fleiderer Plus bei ihren beruflichen Herausforderungen optimal unterstützt. Unsere Händler finden konstant gute Lieferperformance und ein bestechender Sortimentsmix. Ein unverzichtbarer Partner für den Holzfachhandel.